Boss, ich hab freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ja, das wäre nett gewesen. Was ich mich jetzt aber auch frage, hier mit dem Dingens. Wenn ich jetzt drauf schießen würde. Okay, muss jetzt nix. Okay. Sieht aus wie halt eine riesen alte Kultur, ne? Aber was hat jetzt auch, glaube ich, immer noch was am Treller damit so zu tun hat? Weil war wirklich einer der ersten Gründer, weiß ich, Umbrella-Mitarbeiter. Kann ja eigentlich nicht sein. Denn, äh, ich glaube, so mit Spencer und die ganzen alten Typis da, was dann, ähm, welche, äh, Umbrella und das Ganze ringsherum gewundet haben. Ging das echt, ging doch nicht so weit zurück. Das war doch irgendwann nur Anfang dann vom 19. Jahrhundert. Und das hier wirkt mir ja alles mit dem geschichtlichen Zeug, auch bei den Bakers und so, als ob das noch älter wäre. Und dieses Dorf hier, also. Das muss mir an das Labor sein. Mhm. Untersuchen. Probant Salvatore Moro. Kadeau-Kompatibilität schlecht. Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Kadeau hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich, ähnlich wie bei Fischen, Kiemen und Schwimmenblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Probant ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Probant Alcina Dimitrescu. Kadeau-Kompatibilität äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probantin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihren Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis. Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probanden in ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Heisenberg. Da bin ich mal gespannt. Probant Karl Heisenberg. Kadeau-Kompatibilität außerordentlich gut. Und Hirnfunktion normal. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Proband Dona Beneviento. Kadeau-Kompatibilität gut. Hirnfunktion normal, aber schwere Geisterkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der mutermizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probanden ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadeau an ihre Puppe verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Kadeau. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Mhm. So sah sie also früh mal aus. Wie hieß sie? Evelyn, ne? Aus dem ersten Teil. Äh, aus Teil 7. Okay. Kadeau. Dann infiziert. Also okay. Das war alles ein bisschen merkwürdig. Miranda, ich bedauere zutiefst, sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie würde sich überhaupt an einem halben Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs in ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in den menschlichen Evolutionen würde verbrüchigen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von den meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie lebwohl gesagt zu haben. Ah, okay. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor. Ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Die wird Umbrella heißen. Nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Okay, das Symbol haben sie also von dort genommen. Okay. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt. Dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig, Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Spencer? Ihr? Ich glaube es nicht. Okay. Also hat Spencer die Vision von Miranda bekommen. Hier einiges zu verändern, aber dann doch lieber ein Virus genommen, anstatt einen Pilz. Das ist echt mal interessant. Bücherwurm. Meine geliebte Eva. Es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyziden wieder zu mir holen. Ich muss die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Höhen testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Giganten, dem Regler des Megamyziden, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist die mit dem Megamyziden zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du mir vor wenigen... Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in einer Höhle wanderte, um zu sterben, so sehr wollte ich wieder bei dir sein und da habe ich ihn gefunden. Den Megamyziden. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamyzid spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus den Megamyziden ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich ein Parasiten namens Cadu erschuf. Aber keines meiner Experimente war von Erfolg gegründet. Es gab ein paar wie Alcina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lycans. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagten, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas von Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Ah, Evelyn, so hieß sie genau. Hätte ich doch recht gehabt. Doch, die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre dir die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Also da in der Mitte, die mit dem Kittel, das ist ja Miranda. So, ganz hinten die Kleine, das wird wahrscheinlich Evelyn sein. Rechts, keine Ahnung, wer das ist. Wesker wird ja keiner davon sein, aber wer ist denn der Typ ganz hinten links? Schade, dass hier keine Namen mit dabei sind. Miranda. Oh, Mutter. Interessante Scheiße. Ja, du liebst noch. Nimm die Hände hoch! Amber Ice 4 Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben... ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia? Mia Winters? Genau dir. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan, ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte, nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen, alles. Und es war mir egal, solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist... Warte. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm. Hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Furt? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Das heißt? Ja, genau. Was habe ich denn jetzt für regenerative Fähigkeiten? Mir wurde das Herz rausgerissen. Wollt ihr mich verarschen? Und ich habe wieder alle Finger? Was ist passiert? Ach so, ein Traum. Ist da jemand? Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Den Fluss voll? Ich komme hierher. Oh Gott, ist das kalt. Scheiße, mein Körper. Du bist so, tot. Evelyn? Evelyn? Wie kann das sein? Du bist tot. Tod? Ich meine... Miranda... Sie... Nein. Ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Siehst du... Nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich... Vor drei Jahren... Bei den Bakers. Jack hat dich... Getötet. Du bist tot. Drei Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem... Scheiß... Du... Solltest... Mich... Leben... Das wurde aber einiges erklärt. Was... Was bin ich dann? Ich selber eine Biowaffe wahrscheinlich, wa? Was bin ich... Was bin ich quasi... Was bin ich, wie... Was bin ich? Ja. Was bin ich? Was ist das? Ja. Was bin ich? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Verstehst du's jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein! Rose! Ich muss... Meine Tochter! Du bist schon lange tot. Tot! Ich werde... Rose, rein! Duke, echt! Du hattest einen Albtraum! Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lang war ich weg? Es dämmert bald! Es dämmert bald! Dirk, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper? Na ja... Fällt auseinander! Ja... Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen... Wer... Was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da! Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan... Ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja... Ich muss es sein. Dann mal los. So... Das heißt, wir müssen zum Zeremonienplatz. Sehr wahrscheinlich. Doch nicht. Doch, doch, doch. Oh, ja. So, Digger. Oh, ja. Lange an auf. Die Custom. Äh... Ach, das war die Pistole. Genau. Ist ja auch doof. Deine Reise nähert sich dem Ende. Was sagst du? Zeit für die Spendierhosen? Okay. Chris hat das verdient, aber ich krieg's trotzdem. Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. Bitte. Bitte. Gib Acht. Bitte. Gib Acht. Gib Acht. Das kann's mich halt an, dass wir keinen Fisch mehr haben. So, Munition haben wir mehr als genug. Messer haben wir... Magnum haben wir aber nix mehr weiter. So, ein letzter Speicherpunkt. Dann wird's Zeit. Lass mich in Ruhe. Genau. Einfach an denen vorbeilaufen. Passt schon. Ah! Meine Eva! Meine wunderschöne Tochter! Komm zu mir! Eva! Bist du es? Ah! Ich habe dich so vermisst! Ah! Was? Ist es noch Rose? Ah! 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 Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nee, ey. Rose ist meiiin! Mach die Scheiße! Du hast deinen Zweck erfüllen, Ethan Bridges! Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamytheten zum Leben erledigt! Mach dir keine Sorgen! Bleib raus! Bei mir wird sie glücklich sein! Das verspreche ich dir! Du kannst also die Kränen gegen... Und sag dir nicht! Lass dich nicht davon kommen! 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 Hören Sie den Kopf, Herr! Du weißt... was es bedeutet... ... mit deinem Kind zu lieben oder nicht?! Ich liebe mein Kind! Mann! Verstehst du es endlich! Rose ist mein Kind! Nicht dein Kind! Das war's für dich! Jetzt still! So, du gehst mir jetzt langsam ganz schön... Was soll was ausrüsten? Oh ja, Alter! Ich... Ich... Ich hoffe noch mal nicht... Worum du machst, wo auch immer du bist... Oh, großer Mega-Mythet! Erhöre mein Gebet! Oh, komm, komm, komm! Wo bist du denn? Was ist das jetzt schon? Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge hörst! Schlafenst! Ich... Den Teufel werd ich! Ich werde meine Tochter wiedersehen! Stirb! 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 Wenn ich Rose und die Mega-Mytheten vereine! Doch meine Tochter sich mir endlich zeigen! Hundert Jahre habe ich gewartet! Und das! Nur für diesen Tag! Was sowohl und als auch noch nicht aus dem ganze Jet! Hier! Sehr Dank! Deine UEFA! Und das! Und das! Und das! Ich meine Tochter! Wir fangen an! Sie ist meine Tochter, ein krankes Miststück. Ja. Wie kann ein Mensch leben ohne Herz sein? Bis zur Wahrheit. Wie wär's hier mit? Geht der Scheiß wieder los? Ich verstehe das Gefühl, Ethan. Ich dachte, ich müsste mehr blocken, oder? Das muss man langsam hier... Was machst du noch? Ich werde mich nutzen. Oh, endlich! Das ist ein Engel, Ethan Rackers! Nur um wirklich sicher zu gehen! Das ist ein Engel, Ethan Rackers. Das ist ein Engel, Ethan Rackers. Das sind die Hölle, Ethan Rackers. Meine Tochter! Meine Elf! Hey, Fergisandro! Rose, wo bist du ja? Shhh! Shhh! Alles gut, Rose! Alles gut! Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan! Komm schon, Ethan! Wach auf! Chris und Ethan... Das war's! Es ist aus! Das war's wohl für beide von uns! Ethan! Wir müssen los! Wieso ist'n das Vieh jetzt auf ehemal...? Okay. Muss ich nicht verstehen. Komm weiter, Ethan! In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an! Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg! Verdammt! Mia wartet auf dich! Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt! Mia? Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose auf! Hey, hey! Hey! Sag ihr das selbst! Komm schon, es ist nicht mehr weit! Pass auf sie auf! Ich vertraue dir! Verlucht! Mit der Hauptsache, du zerfälst nicht vorher! Ich find's ja interessant, dass man von Ethan nie wirklich das Gesicht sieht, ne? Besuch's. Ich hab's schon ein bisschen egendwann. Sieht man da irgendwie die Explosion? Warte, wo ist Ethan? Schneller, wir müssen sofort weg. Nein, ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin. Wir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Da ist er. Vor allem, wie klein die Bombe auch war, ne? Die da eingebracht worden ist an das... sagen wir mal als Hilfsbegin. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an! Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSA-Azentrale. Dafür werden sie bezahlen. Sieh dir das an. Sieh dir das an. Sieh dir das an. Sieh dir das an. Village angekommen. Als erstes sage ich wie immer natürlich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder beim nächsten Let's Play dabei seid. Ich werde wahrscheinlich noch den Mercenary Modus hier zeigen. Komplett durchspielen mit euch zusammen. Werde ich ihn vielleicht nicht. Aber eigentlich muss ich schauen. Mit dem Modus kann man halt einiges freispielen. Und dann für den nächsten Durchgang vom Spiel auf dem Hardcore Modus zum Beispiel unendlich Munition und ähnliches bekommen. Trophäenjagd werde ich eigentlich auch nicht machen bei dem Spiel. Einmal durchspielen. Weitestgehend sollten wir reichen. Von daher... Ich bedanke mich noch mal recht herzlich, dass ihr dabei wart. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so fandet. Auch gern das Let's Play an sich. Und ansonsten... Ja... Genießen wir doch den Abspann. Und... Ja... Resident Evil Village ist halt wirklich einen neuen Weg gegangen. Auch schon der siebte Teil. Es ist interessant halt, wie das dann doch jetzt so ein bisschen... Ich nicht einen Abschluss gefunden hat, aber so ineinander übergegangen ist mit den alten Resident Evil Teilen. Es hat am wenigsten jetzt auch damit endlich mal eine Erklärung gebracht, warum Wilson immer so viel aushält. Ähm... Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass das so abläuft. Ähm... Interessant fand ich halt natürlich auch, dass Osmonee Spencer... Äh... Tja... Mal gucken, wie es eigentlich noch mit den nächsten Geschichten von Resident Evil weitergehen wird. Also um Ethan Winters selbst wird es ja wahrscheinlich nicht mehr gehen. Vielleicht nur noch um Nier und Rose. Vielleicht doch nochmal um Chris. Ähm... Vielleicht davon braucht endlich mal was noch mit den anderen Charakteren passiert ist, wie Leon und Claire. Und ansonsten... Ja... Schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Du wurdest gierig, fragte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zornes erfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark, der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich. Das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die Wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Bären pflücken ganz allein im Wald verläuft. Hello, my tears Because of you I am who I am Hello, sorrow Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I am who I am. Hello, Sora. Because of you, I am who I am. 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 I am who I am... I am who I am. I am who I am. I am who I am. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow, war nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Hier endet die Geschichte des Vaters. Wer war das jetzt am Ende noch beim Friedhof, also der beim Wagen da? Der Vater. Ergebnisse. Ja gut, Standard. Abschlusszeit 11 Stunden 20. Doch der Schatten hinzugefügt. Ja, der höchste Schwierigkeitsgrad. Super. Super. ? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017